Hallo, da bin ich! Hallo, Togolino! Hui, hui, huu! Nein! Du bist ja ein verrücktes Huhn. Ich bin zu schwer. Und jetzt? Danke, Huhn. Hey, Togolino, komm hier lang. Und hopp! Super, Monty. Mh, lecker. Bäh, der ist wohl faul. Ah, ich weiß was. Und fertig. Oh, äh, hm? Hm, was ist das? Ah! So. Und fertig ist die Hühnerschaukel. Willst du mitschaukeln? Äh. Wo bleibt denn Togolino? Mh, ich liebe Erdbeermarmelade. Und, mh, und, mh, und hopp! Tada! So, danke. Jetzt den und den grünen. Und fett. Achtung, es geht los. Hoppidou! Hm? Hm? Ach, du warst das. Hm. Hey. Hm. Hey! Hm. Ah. Tada! Hm? Was kitzelt denn doch? Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Hm? Ach, du warst das! So. 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 Und fertig. Okay. Und hopp! Mupidu! So, so, fertig. Toll! Das mache ich auch. Guck mal. Das bin ich. Und hopp. Super, Monty. Danke. Hallo. Da bin ich. Hallo, Zogolino. Wer hat die Kekse geklaut? Die Schüssel war doch eben noch voll. Den Dieb schnappen wir uns. Los, schnell verstanden. Wer klaut denn da unsere Kekse? Ah, Hilfe, ein Spenster. Erfisch. Ach, ihr wart das. Hier, ich glaube, das sind eure. Und das ist deiner. Du siehst aus wie eine Fee. Das bin ich auch. Und du hast einen Wunsch. Okay, ich bin ein Ritter und brauche ein Pferd. Fokus, Fokus, Mufidoku. Ah, bitteschön. Ein Pferd. Hier, Kalito. Halt mal bitte meinen Spiegel. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Ihr, Frau Königin, seid die Schönste hier. Es gibt keine andere... Halt! Doch, mich. Prinzessin Togolina. Lasst uns Ritter spielen. Okay. Okay. On go. Haha. Hey, mein Schwert. Das wirst du mir küschen. Ups. Ich habe verloren. Aber Karotten schneiden kannst du. Hallo. Da bin ich. Hallo, Togolino. Wann bist du endlich fertig? Gleich. Oh nein. Nein, nicht in den Teig. Gut gemacht, Kalito. Ich wasche die Kirschen. Ich fülle den Teig ein. Und fertig. Ich habe sie alle aufgegessen. Dann nehmen wir eben was anderes. Die Rosinen da oben? Genau. Und helfen. Hey, super Togolino. Mh, der sieht so lecker aus. Kalito, erst wenn Florina da ist. Nur mal schnuppern. Gesundheit. Ah, zwei Monster. Da bist du ja endlich. Keinen Schritt weiter. Aber ich bin es doch. Togolino. Das Geheimwort. Äh, Mupidu? Richtig. Mh, lecker. Ihr seht echt muselig aus. Mh, das war lecker. Mh. Guck mal. Guck mal. Ein Gesicht. Was wird das? Ah, ein Auto. Mh, mh. Ein Schaf. Nein. Mh. Immer noch nicht? Mh. 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 Hallo, da bin ich. Hallo, Togolino. Da muss noch mehr Spülmittel rein. Sehr gut. Und los. Wow, cool. Die schnappe ich mir. Boah, eine Togolino-Blase. Gleich habe ich dich. Und hepp. Hey. Oh, neue Gummistiefel. Mit denen kann ich sogar auf den Händen laufen. Oh, yippie. Sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ich komme. Du musst dich verstecken, Kalito. Wir machen es noch mal. Eins, zwei, drei, acht, neun, zehn. Ich komme. Das war schon viel besser. Aber du musst dich so verstecken, dass ich dich nicht gleich finde. Acht, neun, zehn. Ich komme. Hm, diesmal hat er sich richtig versteckt. Wo ist er denn? Ha, habe ich dich. Ups, Entschuldigung. Aber jetzt habe ich dich. Suchst du wen, Togolino? Na, Kalito. Wir spielen nämlich Verstecken. Ach so. Also hier ist er nicht. Aha. Ach, nö. Wo bist du denn? Juhu. Kalito. Wo ist er denn nur? Hm. Aha. Ja, wo ist denn der Kalito? Ja, wo könnte er denn bloß sein? Na? Gefunden. Bei den Keksen. War ja klar. Los, wirf, Florina. Okay. Ja. Der war weit. Was ist das denn? Komm mal, Florina. Was hast du denn da? Aha. Das ist ja eine Schatzkarte. Tja. Hey, das ist doch unser Bauernhof. Hier ist der Sandkasten. Da ist das Baumhaus. Hm, das ist das Haus. Dann ist der Schatz also. Hm. Im Blumenbeet. Haha. Los, lass uns das sehen. Mhm. Und? Hast du schon was gefunden? Nein, hier ist kein Schatz. Schade. Aber warte mal. Ja? Ich hab eine Dose gefunden. Eine Dose? Ja, und da steckt noch was drin. Ein neuer Hinweis. Hm. Was steht denn drauf? Hä? Ein Huhn? Also bei den Hühnern. Ich kann keinen Schatz entdecken, Toccolino. Vielleicht müssen wir uns die Hühner mal genauer ansehen. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Ich seh noch mal im Wohnwagen nach. Hm? Guck, guck, guck. Guck, guck, guck. Monty? Bist du das? Wow, Schoko-Eier. Das ist aber ein leckerer Schatz. Danke für die tolle Überraschung, Monty-Huhn. Guck, guck. Guck, guck, guck. Guck, guck, guck. Und zack. Pui. Ups. Äh? Wo ist denn die Leiter? Wie soll ich denn da hochkommen? Ich schaff das schon. Ah. 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 Ach. Zu hoch. Hm. Und Anlauf. So, jetzt aber. Ja. Ha. Volltreffer. Ja. Gleich habe ich ihn. Oh. Nicht. Ha. Hiermit klappt es bestimmt. Ha. Ja. Ja. Wie soll ich denn jetzt runterkommen? Florina, hier oben. Hey, Tocolino, was machst du denn da? Ich hänge fest. Kannst du mich abholen? Na klar. Hipp. Und hopp. Hui. Ha. Genial. Danke, Florina. Warte. Wir müssen noch mal zurück. Okay. Hopp. Oh. Haha. Hihi. Rot ist meine Lieblingsfarbe. Hä? Hm. Blau? Ich habe die Latte doch rot angemalt. So, jetzt aber. Was? Hier stimmt doch was nicht. Na, warte. Warte. Gleich werde ich ja sehen, wer die Latte immer wieder blau macht. Florina? Erwischt. Ich bemale die Latte doch nur mit meiner Lieblingsfarbe. Hm. Aber ich mag Rotvieh lieber. Ich weiß, was wir machen. Cool. Muppidu. Dummli dumm. Oh, eine kleine Raupe. Du sollst nicht nass werden. Bitte sehr. Hm. Ah, die Sonne scheint. Super zum draußen spielen. Ja, nu. Es regnet ja. Hm. Hm. Hat's schon wieder aufgehört? Ah, der Herr Schmetterling. Der Weg ist frei. Bitte schön. Hm. Das ist ja ein seltsamer Regen. Du musst doch mal sehen, wo der herkommt. Ach, du lässt es hier regnen. Ja, ich gieße die Blumen. Darf ich auch mal? Ja, bitte schön. Nanu, jetzt kommt ja gar kein Wasser mehr. Vielleicht ist ja der Schlauch abgegangen. Warte, ich schau mal. Hm. Brauchst du nichts. Was ist wieder da? Willkommen zur Bauernhof-Olympiade. Alle bereit? Ja. Los geht's mit Gewicht heben. Der Hund geht an Tocolino. Jetzt kommt der Apfellauf. Oh, oh. Dumm, 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 dumm. Ha, er ist da. Moment mal, feststecken gilt aber nicht. Deshalb hat Florina gewonnen. Bravo. Weiter geht's. Wer rutscht am weitesten? Hui. Dumm. Platz da, ich komme. Yippie. Ui, der Punkt geht an Kalito. Alle haben einen Punkt. Wir brauchen noch eine Aufgabe. Kirschkern weit spucken. Hand. Nicht schlecht. Yippie. Jetzt du, Tocolino. Oh, wow. Tocolino hat gewonnen. Super, Tocolino. Gratuliere. Buppidu. Yay. So, ja. Das ist gut. Hm. Alles klar, Florina? Alles klar. Ich bin bereit. Okay. Und los. Yipp. Ja, schneller, Tocolino. Und hepp. Ja. Oh. 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 Achtung. Aus dem Weg. Oh. Ja. Ja. Und japp. Ah. Oh. Oh. Ach, lass mich doch gucken, bitte. Ach, du musst schon stillhalten. Ich heiz aber nicht mehr aus. Och, Menno, Togolino. Wieso denn? Ist doch toll geworden. Guck mal, Florina. Daumenkino. Oh, stimmt. So, wir brauchen noch eine Girlande. Komm, Kalito, wir zeigen dir, wie es geht. In jede Ecke wird ein Muster geschnitten. Oh ja, ich mach mit. Hups. Oh, jetzt ist die Girlande kaputt. Warte, ich hab eine Idee. Aha. Einmal hier schneiden. So, dann hier entlang. Das Ganze einmal glatt ziehen und falten. So. Tada. Oh, ein Dinosaurier. 比較 kuat. Oh ja. So. 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 Drei Äpfel und dann diesen hier zieht Kalito. Ja, so könnte es klappen. Okay, los geht's. Oh, lecker, Äpfel. Hop, nyam, nyam, hop, nyam, hop, nyam. Ähm, los und jetzt dran ziehen. Yes, yeah. Muppidu, es hat funktioniert. Ein richtig guter Blumengießautomat. Kalt, warm, wärmer, wärmer, noch wärmer, heiß. Hä? Wieder kälter? Hä? Hey, hier geblieben. Schnapp ihn dir, Togolino. Hab dich. Ja. Es ist viel zu windig für unser Kartenhaus. Warte mal, ich hab da was. Monty, das ist ja super Kleber. So, fertig. Ui, der klebt aber richtig gut. Und weißt du, was wir jetzt machen? Wir reiten aus. Los, komm Monty. Hüpp. Juhu. Ja, ha, 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 und los. Togolino hat den Ball, gibt ihn ab. Der Ball kommt zurück und er übernimmt wieder. Und Schuss. Der Ball ist immer noch im Spiel. Togolino bereitet den nächsten Schuss vor. Und eins, zwei, los. Ja, direkt in... Ah, ins Gewächshaus. Oh, 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 oh. Hab ihn. Ja, er hat den Ball gehalten. Ein Wahnsinnsspiel. So, ganz vorsichtig. Erst einer, dann zwei. Der ist schön. Dann nehmen wir noch den. Hier ist noch ein schöner. So, jetzt haben wir genug Äpfel. Hey, Kalito. Du hast ja den ganzen Korb leer gefuttert. Wieder voll. Genau, Muppidu. Heute werde ich einen riesigen Fisch angeln. Oh, ich habe was. Eine Taucherflosse. Nicht schlecht. Wow. Ups. Ui, hier ist noch eine. Helft mich, ich habe was ganz Schwere. Okay. Hu, hu. Tada. Muppidu, ein riesengroßer Montyfisch. Liebes Publikum, werden Sie zeugen, wie ich diesen Papierflieger in eine Blume verwandle. In den Zauberhut damit und Hokus Pokus. Tada. Auch diese Blume wird gleich etwas ganz anderes werden. Und nun stauen Sie. Wie ist es dein Apf? Äh, angebissener Apfel. Äh, nochmal. Hokus Pokus. Hm. Hä? Hokus Pokus. Super. Super. Ja. Bravo, bravissimo. Danke sehr. So, fertig ist mein Superflieger. Wie weit er wohl kommt. Wow. Ja. Nicht schlecht, Florina. Jetzt ist meiner dran. Guckt mal hier. Mit echten Turboflügeln. Super. Ja, genau soweit. Das schafft mein Flugzeug auch. Äh. Toll. Ja. Oh. Ein Looping. Und sogar am weitesten. Toller Flieger, Kalito. Sieh mal, die Wolke sieht aus wie ein Bär. Ja, stimmt. Und guck mal, da fliegt ein Wolkenball. Dann kann der Bär ja mit dem Ball spielen. Das gibt's doch nicht. Oh, hast du das gesehen? Das ist ja toll. Oh. Hm? Das ist ja ein richtiger Ball. Hallo, Leute. Hm? Super Schuss, oder? Spielt ihr mit? Ja, na klar. Und los. Wir hüllen. Oh. 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 Muppidu. Bin in Startposition. Flugzeug bereit zum Abflug. Auf die Plätze. Fertig. Und los. Oh. Oh. Uiuiui. Hey, gar nicht schlecht. Hopp, 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 hopp. Oh. Oh. Ei, ei, ei. Ach. Mh, lecker. Aha. Na bitte. Ist doch kein Problem. So ist es viel leichter. Mh-mh. Muppidu! So, hier noch ein paar von den Kleinen und die Großen in den Kreis. Jetzt bin ich aber gespannt. Oh, wie schön! Muppidu, es hat geklappt! Toll! Ja, los geht's! Oh, oh, oh! Togolino! Oh, oh! Oh, oh! Hopp! Pass auf! Warte, ich helf dir! Puh! Tada! Bravo, Tollino! Bravo! Zum! Zum! Och, Manno! Ich glaube, mein Drachen ist kaputt. Warte, Carlito! Halt ihn mal hoch! Hopp! He-he! Danke! Ho-ho-ho! Danke, Togolino! Hahaha! Hier! Hier! Ja! 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 Hui! Hihihi! Hihi! 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 Lecker. Der sieht ja toll aus. Kein Problem. Ich mache uns schnell einen neuen. Backe, backe, Kuchen. Und zum Nachtisch gibt's Eis. Stopp. Hoppala. Was macht ihr denn hier? Halt. Einen Moment bitte. Und jetzt könnt ihr... Alles klar, Wanti. Ah, Post. Wer schickt denn solche Post? Aha. Oh, cool. Und los geht's. So, mal gucken. Äh, wie geht das denn? Überraschung. Super Bild. Oh, gut. Ja, 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 ja. Gleich bist du da. Hurra. Ja, 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 ja. Gleich bist du da. Hurra. Ja, ja, ja. Gewonnen. Na komm, jetzt halt doch mal still, Schmetterling. Hm, ich versuch's mal hiermit. Ja. Ja! Und hoch! Und weit! Und höp! Das. Und fertig ist die Gemüse, Florina. Hallo! Da bin ich! Hallo, Torgolino! Hey! Bravo! Hey! Oh, das ist so! Mupidu! Warte, Torgolino! Ah! Ah! Kalito? Hey! Ja! Hühner-Taxi! Ja! Zack, zack! Und zack! Oh nein! Und zack! Hallo! Da bin ich! Hallo, Torgolino! Was hat es denn? Vielleicht ist es verletzt und kommt nicht alleine runter. Dann müssen wir es retten! Komm her! Oh! Ich soll deine Küken retten? Na, komm mal mit runter! So! Hier seid ihr sicher! Gut gemacht, Torgolino! Oh! Hallo, Küken! Oh, wie süß! Da kommt deine Mama! Guck mal, es denkt du bist deine Mama! Nein, Küken! Ich bin nicht deine Mama! Ich hab eine Idee! Jetzt sieht seine Mama aus wie du! Hallo! Da bin ich! Hallo, Torgolino! Und schuss! Oh! 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 Wo ist der Ball denn hin? Der ist weg! Hier ist er nicht! Hm ... Hä? Frau Huhn, darf ich mal in die Näste sehen? Aha, ab ihn. Du bist dran, Florina. Wo schießt du denn hin? Barz, ab. Wow. Super gemacht, Florina. Toll. Ups, Achtung. Hey, bravo, Togolino. Hallo, da bin ich. Hallo, Togolino. Wer hat die Kekse geklaut? Die Schüssel war doch eben noch voll. Den, Dieb, schnappen wir uns. Los, schnell verstanden. Wer klaut denn da unsere Kekse? Ah, Hilfe, Gespenster. Erfisch. Ach, ihr wart das. Hier, ich glaube, das sind eure. Und das ist deiner. Du siehst aus wie eine Fee. Das bin ich auch. Und du hast einen Wunsch frei. Okay, ich bin ein Ritter und brauche ein Pferd. Fokus, Fokus, Mufidok. Ah, bitteschön. Ein Pferd. Hier, Kalito. Halt mal bitte meinen Spiegel. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Ihr, Frau Königin, seid die Schönste hier. Es gibt keine andere... Halt! Doch, mich. Prinzessin Togolino. Lasst uns Ritter spielen. Okay. En Gare. Haha. Hey, mein Schwert. Das wirst du mir bischen. Ups, ich hab verloren. Aber Karotten schneiden kannst du. Hallo. Da bin ich. Hallo, Togolino. Wann bist du endlich fertig? Gleich. Oh nein. Nein, nicht in den Teig. Gut gemacht, Kalito. Ich wasche die Kirschen in den Kuchen. Ich fülle den Teig ein. Und fertig. Hm? Ich hab sie alle aufgegessen. Dann nehmen wir eben was anderes. Die Rosinen da oben? Genau. Und, hä? Hey, super Togolino. Hm, der sieht so lecker aus. Kalito, erst wenn Florina da ist. Nur mal schnuppern. Gesundheit. Ah, zwei Monster. Da bist du ja endlich. Keinen Schritt weiter. Aber ich bin es doch. Togolino. Das Geheimwort. Äh, Mupidu? Richtig. Hm. Lecker. Ihr seht echt muselig aus. Hm. Hm, das war lecker. Hm. Guck mal. Ein Gesicht. Was wird das? Ah, ein Auto. Hm, hm. Ein Schaf. Nein. Hm. Immer noch nicht? Das bin ich. Togolino. Genau. Warte, da fehlt noch was. Was denn? Bäh. Hallo. Da bin ich. Hallo, Togolino. Hm. Da muss noch mehr Spülmittel rein. Sehr gut. Und los. Wow, cool. Die schnapp ich mir. Hm? Boah. Eine Togolino-Blase. Gleich hab ich dich. Hep. Hep. Und hep. Da, 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 da. Hallo. Da bin ich. Hallo, Togolino. Was malst du da, Florina? Ein Haus. Hm. Ich will auch malen. Oh, nein. Oh, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Ah, ich weiß was. Wow, ein Schmetterling. Schönes Buch. Oh, noch ein Schmetterling. Gib mal her. Jetzt sind beide gleich los. Hallo. Da bin ich. Hallo, Togolino. Abschluss. Hinterher. Den schnapp ich mir. Hm? Ah. Achtung. Kalito. Oh, oh. Nein. Gehalten. Ups. Oh, nein. Ich hab die Schale kaputt gemacht. Macht nichts. Die kleben wir. Das ist ja ein super Kleber. Ein super Mupidu-Kleber. Guck mal, was der noch kann. Uah. Hihihi. Und jetzt über Kopf. Hey, es klappt. Ah, nicht. Hoch. Danke. Oh, ich klebe fest. Warte, ich helf dir. Äh, komm schon. Oh, jetzt kleben wir beide. Hilfe. Danke, Togolino. Bitte schön. Hallo. Da bin ich. Hallo, Togolino. Kommt, wir basteln Indianerschmuck. Oh, ja. Tada. Aber ich hab nur eine Feder. Wir suchen dir eine zweite. Entschuldigung, Frau Hu. Hier ist nichts. Hier auch nichts. Ah, da. Ah, Matogolino. Oh. Dein Indianerschmuck ist der schönste. Au. Heya, hoa. Heya, heya. Heya, hoa. Heya, hoa. Heya, hoa. Heya. Psst. Achtung. Bleichgesicht. Heya, hoa. Hallo, da bin ich. Hallo, Togolino. Was war das denn? Vielleicht ein pupsender Elefant. Komm, den schnappen wir uns. Du bist das? Mensch, warum geht das denn nicht? Probier es nochmal. Ah, gib mal. Bravo. Moment mal. Hey, Kalito. Kannst du deine Äpfel auch woanders hinwerfen? Ups. Super. Juhu. Hallo. Da bin ich. Hallo, Togolino. Vorsicht, Huhn. Puh. Ach. Bitte schön. Super. Oh nein, das rücknet. Ah. Oh nein, das rücknet. 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 Hallo, da bin ich! Hallo, Togolino! Und los! Alle, hopp! Tada! Hey, guck mal, was die Hühner da machen! Einen Turm, wie wir! Wo ist Kalito? Ah, da! Hallo! Hallo, da bin ich! Hallo, Togolino! Na, super, Florina! Jetzt sind wir beide zusammen, Togolino! Aber ich kann kein Ballett! Tanz, wie du willst! Ich mach dann mit! Wauw! Wauw! Hm! Wauw! 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 Hä? Na, warte. Jetzt hab ich dich. Überraschung. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Tomodino. Boah, ist das cool, danke. Ah. Wer will Kuchen? Ich. Und unser Kalito? Das sah so lecker aus. Ist nicht schlimm. Ich liebe Apfelkuchen. Wer will ein Stück? Ich. Kommt, wir kicken. Au, ja. Was hast du? Wo denn? An den Füßen? Ich seh da nichts. Die Ohren vielleicht? Nichts. Die Nase vielleicht? Oh, ja. Oh, ja. Hallo. Da bin ich. Hallo, Tomodino. Oh, das ist die Letzte. Ich oder du? Äh, wir zählen aus. Eins und zwei. Ich und du. Mäh und mu. Mu, pi, du. Für dich. Hä? Aha. Hey, Kalito. Hä? Diese Erdbeere gehört Florina. Äh. Ah. Mu, pi, du. Na gut. Hau rein. Begeist? Gib mir ein Wow. Hup. Wow. Gib mir ein Mäh. Oh. Mäh. Gib mir ein Mu. Mu, pi, du. Ha, 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 ha. Wow. Wow. Und hopp. Mu, pi, du. Du. Hallo. Da bin ich. Hallo, Togolino. Hey, Togolino. Zieh mal mit. Ich bin ganz verstopft. Äh. Hm? Guck mal, Monty. Mein Auto. Warte. Ja, schneller. Kannst loslassen, Florina. Hui. Achtung, Togolino. Der Teich. Oh. Haha, ein Schwimmreifen. Wie komme ich denn jetzt ans Ufer? Äh. Hm. Hier, mit einem Segelboot. Super Idee, Florina. Was kitzelt denn da? Ach du, warst das. Hui. Hui. Wu. Nein. Du bist ja ein verrücktes Huhn. Oh. Hm. Äh. Hm. 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 Was ist das? Ah. Hih. Ah. Ah. Hey, Togolino. Komm, hier. Und hopp. Hehe. Super, Monty. So. So. Und fertig. Okay. Und hopp. Muppidu. Hm. Hm. Ach, du warst das. So. Danke. Jetzt den. Und den kleinen. Und fett. Achtung, es geht los. Muppidu. Hm, lecker. Bäh. Der ist wohl faul. Ah, ich weiß was. Und fertig. So, so, fertig. Toll, das mach ich auch. Oh. Puh. Guck mal. Das bin ich. Wo bleibt denn Togolino? Klar. Hm, ich liebe Erdbeer. Erdbeermarmelade. Und hopp. Hm. Und hopp. Und hopp. Tada. Und hopp. Super, Monty. Danke. Willst du mitschaukeln? Ja. Äh. Ich bin zu schwer. Und jetzt? Ah, danke. So. Und fertig ist die Hühnerschaukel. Hey. Ah. Hey. Hm. Ah. Tada. So, fertig ist mein Superflieger. Wie weit er wohl kommt? Wow. Ja. Nicht schlecht, Florina. Jetzt ist meiner dran. Guckt mal hier. Mit echten Turboflügeln. Super. Ja, genau so weit. Das schafft mein Flugzeug auch. Äh. Toll. Ja. Oh. Ein Looping. Und sogar am weitesten. Toller Flieger, Kalito. Sieh mal, die Wolke sieht aus wie ein Bär. Ja, stimmt. Und guck mal, da fliegt ein Wolkenball. Dann kann der Bär ja mit dem Ball spielen. Das gibt's doch nicht. Oh, hast du das gesehen? Das ist ja toll. Oh. Hm? Hm? Das ist ja ein richtiger Ball. Hallo, Leute. Hm? Super Schuss, oder? Spielt ihr mit? Ja, na klar. Sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ich komme. Hm? Du musst dich verstecken, Kalito. Wir machen's nochmal. Eins, zwei, drei, acht, neun, zehn. Ich komme. Ha, ha. Hm. Das war schon viel besser. Aber du musst dich so verstecken, dass ich dich nicht gleich finde. Acht, neun, zehn. Ich komme. Hm. Diesmal hat er sich richtig versteckt. Wo ist er denn? Ha, hab ich dich. Ups. Entschuldigung. Aber jetzt hab ich dich. Suchst du wen, Zogolino? Na, Kalito. Wir spielen nämlich verstecken. Ach so. Also hier ist er nicht. Aha. Ach, nö. Wo bist du denn? Juhu. Kalito. Wo ist er denn nur? Aha. Ja, wo ist denn der Kalito? Ja, wo könnte er denn bloß sein? Na? Gefunden. Bei den Keksen. War ja klar. Ham. Los, wirf, Lorina. Okay. Okay. Ja. Der war weit. Was ist das denn? Komm mal, Florina. Was hast du denn da? Aha. Das ist ja eine Schatzkarte. Hm. Tja. Hey, das ist doch unser Bauernhof. Hier ist der Sandkasten. Da ist das Baumhaus. Hm. Das ist das Haus. Dann ist der Schatz also. Hm. Im Blumenbeet. Blumenbeet. Haha. Los, lass uns das sehen. Mhm. Und? Hast du schon was gefunden? Nein, hier ist kein Schatz. Schade. Aber warte mal. Ja? Ich hab eine Dose gefunden. Eine Dose? Ja, und da steckt noch was drin. Ein neuer Hinweis. Hm. Was steht denn drauf? Hä? Ein Huhn? Also bei den Hühnern. Ich kann keinen Schatz entdecken, Toccolino. Vielleicht müssen wir uns die Hühner mal genauer ansehen. Hier ist nichts. Hm. Hier ist auch nichts. Ich seh noch mal im Wohnwagen nach. Hm. Gok, gok, gok. Gok, gok, gok. Monty? Bist du das? Gok. Wow. Schoko-Eier. Das ist aber ein leckerer Schatz. Danke für die tolle Überraschung, Monty Huhn. Gok, gok. Und zack. Pui. Ups. Äh? Wo ist denn die Leiter? Wie soll ich denn da hochkommen? Ich schaff das schon. Und Anlauf. So, jetzt aber. Ja. Volltreffer, ja. Gleich habe ich ihn. Äh. Oh, nicht. Ha. Hiermit klappt es bestimmt. Hahaha. Ja. Oh. Wie soll ich denn jetzt runterkommen? Florina, hier oben. Hey, Tocolino, was machst du denn da? Ich hänge hier fest. Kannst du mich abholen? Na klar. Hipp. Und hopp. Hui. Genial. Danke, Florina. Warte, wir müssen noch mal zurück. Okay. Hopp. 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 Hmm. Blau? Ich habe die Latte doch rot angemalt. So, jetzt aber. Was? Hier stimmt doch was nicht. Na, warte. Hopp. Gleich werde ich ja sehen, wer die Leiter immer wieder blau macht. Florina? Erwischt! Ich bemale die Leiter doch nur mit meiner Lieblingsfarbe. Aber ich mag Rotvieh lieber. Ich weiß, was wir machen. Cool! Muppidu! Oh, eine kleine Raupe. Du sollst nicht nass werden. Bitte sehr. Ah, die Sonne scheint. Super zum Draußenspielen. Ja nun, es regnet ja. Hä? Hat es schon wieder aufgehört? Ah, der Herr Schmetterling. Der Weg ist frei. Bitte schön. Hä? Das ist ja ein seltsamer Regen. Du musst doch mal sehen, wo der herkommt. Ach, du lässt es hier regnen. Ja, ich gieß die Blumen. Darf ich auch mal? Ja, bitte schön. Nanu, jetzt kommt ja gar kein Wasser mehr. Vielleicht ist ja der Schlauch abgegangen. Warte, ich schau mal. Oh, brauchst du nichts. Wasser ist wieder da. Willkommen zur Bauernhof-Olympiade. Alle bereit? Ja! Los geht's mit Gewicht heben. Der Fund geht an Tocolino. Jetzt kommt der Apfel auf. Oh, oh, dumm, 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 dumm. Ha! Er ist da. Moment mal. Feststecken gilt aber nicht. Deshalb hat Florina gewonnen. Bravo! Weiter geht's. Wer rutscht am weitesten? Hui! Tum! Platz da! Ich komme! Yippie! Ui, der Punkt geht an Kalito. Alle haben einen Punkt. Wir brauchen noch eine Aufgabe. Kirschkern weit spucken. Hand! Nicht schlecht. Yippie! Jetzt du, Tocolino. Oh, wow! Tocolino hat gewonnen! Super, Tocolino! Gratuliere! Buppidu! Liebes Publikum, werden Sie zeuge, wie ich diesen Papierflieger in eine Blume verwandle. In den Zauberhut damit und Hokus-Pokus! Tada! Auch diese Blume wird gleich etwas ganz anderes werden. Und nun staunen Sie. Es ist ein Apf... Angebissener Apfel. Äh, nochmal. Hokus-Pokus! Hm. Hä? Hokus-Pokus! Super! Ja! Bravo! Danke sehr. So. Ja. Das ist gut. Hm. Alles klar, Florina? Mhm. Alles klar. Ich bin bereit. Okay. Und los! Yipp! Ja! Schneller, Tocolino! Und hepp! Ja! Ja! Achtung! Auf dem Weg! Ja! Und jopp! Ah! Ach, lass mich doch gucken, bitte. Ach, du musst schon stillhalten. Ich halte es aber nicht mehr aus. Och, Menno, Togolino. Wieso denn? Ist doch toll geworden. Guck mal, Florina. Daumenkino. Oh, stimmt. So, wir brauchen noch eine Girlande. Komm, Kalito, wir zeigen dir, wie es geht. In jede Ecke wird ein Muster geschnitten. Oh ja, ich mach mit. Ups. Oh, jetzt ist die Girlande kaputt. Warte, ich hab eine Idee. Einmal hier schneiden. So, dann hier entlang. Das Ganze einmal glatt ziehen und falten. So. Tada. Oh, ein Dinosaurier. Das Ganze. Oh, und dann. Oh, ja. Älä. Oh, ja. Daumenkino. Oh, ja. Drei Äpfel und dann diesen hier zieht Kalito. Ja, so könnte es klappen. Okay, los geht's. Oh, lecker, Äpfel. Ähm, los und jetzt dran ziehen. Muppidu, es hat funktioniert. Ein richtig guter Blumengießautomat. Kalt, warm, wärmer, wärmer, noch wärmer, heiß. Hä? Wieder kälter? Hä? Hey, hier geblieben. Schnapp ihn dir, Togolino. Hab dich. Hast du Lust, noch mehr coole Videos zu sehen? Dann tippe jetzt ein Video an. Viel Spaß und bis gleich. Dein Togolino. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.